Auf Schädel überprüfen. Jawohl. Statusbericht. Hier werden wir uns nicht lange halten können. Jemand muss da raus, uns einen Weg suchen. Schicken Sie Hartmann. Von zur Hölle, reden Sie da, der Mann ist nicht in der Verfassung. Vertrauen Sie auf unsere Stärke. Das waren doch Ihre Worte, oder? Keine Schwäche, keine Sentimentalitäten. Euer Gott noch mal. Sie sind zu wichtig. Das können wir nicht riskieren. Und ich, ich bediene das Geschütz. Dann mache ich das eben. Nein, Sie müssen fahren. Aber Hartmann, der ist doch eh eingeschlagen. Austauschbar. Wollen Sie ihn wirklich da rausschicken? Hartmann! Ja? Steigen Sie aus dem Panzer. Suchen Sie uns da draußen einen Weg ins Freie. Ach Gott noch mal, Müller. Nein, der Mann ist nicht in der Verfassung. Bitte, Peter. Ich kann wirklich... Raus aus dem Panzer, Hartmann. Ich möchte, dass Sie Ihre Pflicht tun. Und das gilt für jeden hier. Ich möchte, dass Sie die Pflicht tun. Ich gehe jetzt mal. Was hat man? Wo ist der hin? Der desertiert? Das wissen Sie doch gar nicht! Ruhe! Hören Sie das? Bewegung auf 9 Uhr. Und auf 12 Uhr. Katz! Bringen Sie uns raus hier! Wir können doch Hartmann nicht hier lassen! Raus! Los! Raus! Los! Raus! 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 Das Ziel ist erledigt. Guter Schuss. Feuer erwidert. 12 Uhr. Wir werden nicht um die Falschdauer gekommen. Noch einen Treffer übernehmen wir nicht. Tun Sie, wofür die ausgebildet wurden. Strennen Sie sich gefälligst an. Nur noch eine Sekunde. Das wird erledigt. Scheiße! Nein! Sind alle wohl auf? Mähde volle Kampfbereitschaft, Kommandant! Warum kann er nicht einfach Ja sagen? Das ist ja nicht so gut. Ja, zusammen. Ich bin nicht ein Eiweid. Das ist alles, wenn ich nicht in die Gutes pilotos probierai. Ich bin nicht mehr bereit für euch. Ich bin nicht mehr bereit, ich bin nicht mehr bereit. Es ist nie ausgezeichnet. Ich denke, wir sind schade. Panzerknacker! Deckung, schnell! Vorsicht! Scheiße! Kommt von Stefan! Das ist jetzt echt kein guter Zeitpunkt! Kann es sich reparieren? Vielleicht. Dauert aber ne Weile. Was ist mit dem Fahrrad? Panzerknacker! Bringen Sie Stefan wieder zum Lauf. Ich schlage mich zu den Flugabwehrgeschützen durch. Du bist verrückt, Peter! Außerhalb des Panzers war die Welt unmittelbarer. Geruch und Blut und Tod. Ohne meine stehlerne Hülle unterschied mich nichts von den Leichen in den Ruinen. Ich war keine gedankenlose, allmächtige Maschine. Ich war einfach nur ein verrundbarer Mann. fit in der Welt. Was? Was? Anyone see that? Huh? So? What is he? Uh, I hear you. Ah! What's there? Get your man out! Hey, get over here! Get those fuckers! We're offside of them! Quick! Run! Need to reach out! Shut up there! Where the hell are they? Ah! No help! I'm hurt! I'm hurt! Get down there! No! Give all you guys! You can't scare me! I can't see you! Get down there! Get down there! Need help? Help! Stop playing for me! I lost him! ... Shit! Ow! No, no, no! I hit! Keep it up! We're off! Untertitelung des ZDF, 2020 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 Untertitelung des ZDF, 2020